Sind der DSDS-Sieger und diese GNTM-Teilnehmerin etwa ein Paar? Schon seit dem Start der neuen Staffel von Deutschland sucht den Superstar wird gemunkelt, dass zwischen Darwin Herrbrücken und GNTM Gerda etwas laufen könnte. Der Grund? Von seiner Stimme war die 20-Jährige bereits von Anfang an hin und weg und unterstützte den Castingshow-Teilnehmer fleißig. Nachdem sich der charmante Nachwuchssänger jetzt auch noch den Titel holte, darf die hübsche Gerda sogar in Darwins erstem Musikvideo mitspielen. Das verrät sie jetzt in ihrer Instagram-Story. Und falls sich der ein oder andere fragt, was ich hier heute eigentlich mache? Ich drehe heute mit Darwin sein erstes Musikvideo. Ich habe nämlich die große Ehre bekommen, mit ihm ein Musikvideo mitzuspielen und da freue ich mich schon so extrem drauf, weil wie ihr wisst, ich bin ja sein größter Fan. Doch natürlich wollen die Anhänger von Gerda und Darwin es genauer wissen. Und so räumte die Germany's Next Topmodel-Schönheit auch direkt mit dem heißen Gerücht auf, dass die beiden ein Liebespaar sind. Da die Gerüchteküche immer brodelt, nein, Darwin und ich sind weder zusammen noch läuft bei uns irgendwas. Also ihr könnt alle beruhigt sein, wir sind einfach nur sehr, sehr gute Freunde. Abschließend gab's dann in Gerdas Story noch unzählige Eindrücke vom Dreh zum ersten Musikvideo des DSDS-Siegers Darwin Herbrücken, auf das wir uns ganz offenbar schon riesig freuen dürfen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020